Ciao tutti, Son Invincible, willkommen zurück zu God of War und wir machen weiter mit einer grandiosen neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Und was holen wir uns da? Ah, da gibt's noch irgendwas da. Rungir, Mutter hat von ihm erzählt, ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht, da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungir's Leiche viel auf ihn drauf. Ah, Idiot. Nachtig. Okay. Ich habe noch mehr Schweine gefunden. Zwei von wieviel? Von elf, glaub ich. Und, what the fuck, die Reise. Okay. Okay. Gehen wir mal da durch. Ah, Trugen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was wir in diesem Hux selber machen. Aber ja. Und jetzt? Hm, was machen wir jetzt? Wo geht's hin? Wir sind doch schon von hier her gekommen, oder? Ja. Ah, aber da waren wir noch nicht. Wo denn? Wo denn? Wo bist du? Also, was steht da? C. R. N. C. Oh, da. Oh. Okay. Okay, muss ich höher schiessen. Ich bin nicht, ich bin nicht. Hm. Also, er ist was da. Ein Siegel habe ich. Den zweiter, äh, der zweiter da hinten. Was ist das? Was ist das da drüben? Wo? Hm, ja. Ja. Oh. Eine versiegelte Truhe. Da ist bestimmt etwas Gutes drin. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich tüte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber, ich kann jetzt kämpfen... Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Das letzte, lass uns die Truhe helfen. Natürlich. Und, kommt da was raus? Atreus, komm her. Noch eine Apfel. Juhu. Oh, eine Apfel. Hm. Okay. Dann los geht. Ja, ha, 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 ha. Sieht gut. Oh. Ach komm jetzt. Ach, gegen Schneidrat. Weißt du was? Oh, bin ich die Schneidrat. Oh, nein, ich mache. Ah, ich bin die. Oh, ja. Ich kann nicht, ich kannst noch ein Teile. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Leben, 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 leben. Sehr schön. Sehr schön. Guter Kampf. Hm, nach einem Heap muss er sich kurz erholen. Okay. Oh, come on. Kommst du da hin? Okay, alles klar. So machen wir das, oder? Hier oben ist nichts mehr. All diese Toten, ist es da drin sicher? Glaubst du hier draußen ist es sicherer? So, apropos, können wir jetzt mit diesem Silber oder so irgendwas machen? Wir haben hier Ressourcen. Mit Ressourcen können wir was machen? Keine Ahnung, steht nicht. Waffe. Stärkeproduktionen. Details. Okay. Okay. 19er Griff. Keine Ahnung. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Erfordert Achsogesund 2. Ich habe Flies. Geil. Dann hier. Hier kann ich was kaufen. Schildkampf. Peja Block zu durchbrechen. Okay. Das habe ich schon gekauft. Aber hier gibt es auch was. Nahkampf. R1, 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 R2. R1, R1, R2. R1, R1, R2. R1, R1, R2. Halt jetzt R1. Gerdrückt. Oder das. Ich nehme mal. Den da. Kaufen. Und. Den da. So. Karte. Wir waren hier. Das ist unsere verborgene Kamer, die wir noch nicht öffnen konnten. Da sind wir. Tagebuch. Buchgenau. Okay. Ziele. Zum Berg. So. Gehen wir weiter. Was stinkt hier so? Tote. Sind das Hellläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch. Los macht schon mal Feuer. Ja. Sigmund. Die Messer. So viele Tage. Ohne Fleisch. Nein. Ähm. Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Magie! Jaaa. Jaaaa. Jaaaa. Opa. Mann. Kein Gewicht. Jaaa. Mann. posteriori. Was ist denn da? Was ist der Boss? Ateos! Ateos! Jünger? Ateos! Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weite Reise. Ateos! Warte hier. Ich erledige das. Oh, komm, ey. Ateos! 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 Lass die Kette runter. Mach ich. Ateos! 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 Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Was ist das für einer? Reben. Also ein Rabe töten. Ich bin die 15 Rabe. Was ist das? Worauf wartest du? Jetzt komm schon! Auf geht's! Was ist das für einer? Dieses verdammte Drecksvier will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirft deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Du hattest recht. Hey! Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wer heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiß. Also hab ich's auch nicht. Und du? Und du? Rock. Peraloge. Sag mal. Du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumfuhr werden, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln. Sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form meiner Gabel unter dem Griff. Ah, digrbikia, dombr, bagrauf. Das war das Zeichen von meinem Bruder und Bia, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier. Da! Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ach, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Was darf es denn sein? Hm, okay, Zwergen dann. Okay, drücke. Stärke erhöhen. Untertitel habe ich bei coworkers. Ichl. Ruach. Professor das ist das ist So, mal schauen, also, die Vietanen oder Rüstung, mal schauen, was haben wir hier, mehr Stärke, weniger Abwehr, und hier kann ich die Stärke verbessern. Da ist ein gewinnendes Lächeln, die beste Rüstung, aber wozu Risiken eingehen? Verbessern, planen, wozu? Verbessern, kann ich auch die Brustrüstung verbessern? Das ist Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hält es aber vielleicht einen Tag. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Okay, hier gibt es einen Laden, ähm, ich wollte mal die Rüste noch mal anschauen. Die sind alle schlechter, kann ich die, 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 Ausrüstung, Karten, vergleichen. Fähigkeiten, ah, was habe ich jetzt noch? Nicht genügend EP, okay. Ja, gut, ich habe eh nicht genügend EP. Ich werde deine Axt! Ist da ein Tag noch für mich? Aber wenn du nichts kaputt machst! Ach, komm jetzt! Ach, komm jetzt! Ich weiß nicht! Dieser Weg, führt er zum Berg? Ja, sollt euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? Komm! Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Hey, Undankbares Pack! Komm hierher! Gefällt mir! Brock! Was ist jetzt da hinten noch? Atreus, komm her! Komm schon, komm schon! Das habe ich gar nicht gesehen! Masken! Und das Summit ist so. Ich kann nicht alle sagen, meine ich habe da ein paar Gäste ist mit ihm verdient. Ich habe bis jetzt eins auf das Schocken zu entfernen lassen. Soll ich das jetzt werden kann. Alles klar! Soll ich glaube, ich bin jetzt leider den Stauber представляете, um ihn verliebt. Es ist nicht so ein paar Abenteuerungen. Ich kann jetzt oder das noch ein paar Monate nach einem Monat vom T-Fahruchen holen. Okay. 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 War das so oder war das? Halt. Okay. Okay. Na komm jetzt, triff doch! Vater, sieh mal da oben! Hey, passt da drin gut auf euch auf! Dort könnte ich ganz leicht aufgehen! Äh... Äh... Oh... Oh, wow! Äh... Und jetzt? Ich glaube, hier kommen wir durch! Hm... Wie denn? Tato? Nö... Vielleicht hier durch! Vielleicht hier durch! Kommt er nicht hoch! Ich bin mal hier nicht ganz sicher! Hm... Okay... Okay... Ging doch! Ähm... Sieht ja einladend aus! Tja! Wie komm ich da rein! Hm... Wie komm ich da rein? Wie kann ich da rein? Häh... Wie kann ich da rein? Wie kann ich da rein? Ich glaube, ich bin ganz sicher! Wenn ich da rein! hallo wie komme ich da wie komme ich da rüber ich sehe nichts so sie kommt wieder nach unten warte da ja 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 Das musst du mir beibringen. 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 Ich will hier aber noch nicht raus. Okay, Masken gefunden. Da gibts noch Sachen. Geil, da oben gibts noch was. Jetzt gibts noch irgendwo ein R. Und da oben ist immer noch was. Hier drüben. Ja, doch schnell. Wie komm ich da hoch? Vielleicht muss ich trotzdem mal da... Moment. Nein, ich will da nicht... raus. Wow. Soon habe ich den Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Ich will zurück. Ich will zurück. Geht ja gar nicht. Und wohin sollst du mir folgen? Ja. Das ist doch ja gut, ey. So komm ich da hoch. Ja genau. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Da komme ich nicht drüber. Das R ist da hinten. Ah, come on. Da komme ich nicht drüber. Hier komme ich wieder runter. Mal schauen. Oh, wir sind wieder hier. Ja, sind wir. Aber sehe ich hier ein R? Okay, von hier aus kann ich das nicht. Ich bin so weit, ich bin so weit. Mal schauen. »Neinwillig«. »S returns ein Rettung. »Sie gucke. » »Sie gucke. « Ah doch, ich weiss jetzt wie. Ah, come on. Ah doch. Das dritte Siegel gebrochen. Und noch ein Apfel, komm, komm. Nein, kein Apfel. Horn. Mit Blutmeet. Okay. Gut. Also, auch hier alles erledigt. Jetzt können wir weiter. Weiter machen wir aber erst in der nächsten Folge. Invincible Loud. Vergesst nicht zu abonnieren und like das Video. Bye. Aufkommen. Bye. Was ist für heute?